Moin ihr Lieben, hallo und herzlich Willkommen. Im heutigen Video schauen wir uns ein weiteres Klapprad an, das Envy P20. Besonders hier dran leicht, klappbar, Drehmomentsensor, 42 Nm. Also im Vergleich zum DYU T1 sollte hier, wenn man in die Pedale tritt, ordentlich Dampf kommen. Das DYU T1 war ja eher so für maximal die City geeignet. Da kam so viel Unterstützung nicht. Aber hier haben wir dann schon, denke ich mit 42 Nm, ein bisschen Wumms, würde ich sagen. Das ist ja nicht ohne. Wir haben auch hier keine Schaltung, glaube ich. Aber wir schauen jetzt gleich mal. Akku relativ klein, 36 Volt und 9,6 müssten es sein. Aber wir schauen gleich noch mal genau rein. Oben, Zubehörbox, Pedalerie, Reflektor, Klingel. Was ist das denn? Irgendwas ist hier magnetisch. Ladekabel, Kabelbinder. Schauen wir mal, was haben wir hier. Ziemlich kleines Ladekabel. 36 Volt System, 2 Ampere Output. Also, ja, mehr oder weniger Basic, würde ich sagen. So, ganze Sache gut eingepackt. Und jetzt versuchen hier rauszukriegen. Okay, das war leicht. So, oh nein, der Reifen ist nicht montiert. Ich dachte, das wäre ein schönes Halbrad, wo wieder 99 Prozent vormontiert ist. Was ist das hier? Fürs Schutzblech oder so? Eieieiei. Also noch einiges zum Aufbauen. Hoch. Zwei Schlüssel haben wir wieder am Start hier, um den Akku rauszunehmen, vermutlich. Ja, das Ganze für euch jetzt mal gerade im Schnelldurchlauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Mal 就 equity. Das ist alles, was wir uns jetzt ja? Und dann sehen wir uns gleich wieder. ие? Im Connectionình Pizza von exchange- kilometer Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.